aber das war eventuell abseits man muss nur mal genau gucken ob er vor oder hinter dem ball aber die stafette war trotzdem toll gemacht özil gleiche höhe korrekter treffer ein assist vom kapitän von michael ballack der von özil toll eingesetzt worden ist mario gomez mit dem 1 zu 0 elftes länderspiel tor der einzige stürmer im kader mit bundesliga treffert in dieser saison gobbels traf bisher zweimal für die bayern jetzt zum 1 zu 0 die youngster waren daran beteiligt dazwischen ein etablierter 25 jähriger wie schweinsteiger das ist der fußball den er sehen will den die mannschaft heute nur relativ selten gezeigt hat er bei den toren herz gestimmt und ihm kündigst besonders für mich der auffallendste spieler in der deutschen mannschaft mesut özil drittes länderspiel erstes tor 2 zu 0 ein